Schief gesägt? Mit diesem Trick wird es das nächste Mal garantiert gerade. Du brauchst ein kleines Stück Holz, denn dieses sägst du einmal in 90 Grad und einmal in 45 Grad rein. Und dann brauchst du noch ein Stück Alu, das genauso breit ist wie deine Schnittfuge. So sieht das Ganze dann aus. Als nächstes bohrst du dann drei kleine Löcher in die Seite deiner Sägehilfe. In diese kommen dann drei Magnete. So hat deine Säge später den perfekten Halt. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem gerade Sägen. Das Beste, die Sägehilfe kannst du total einfach und für super wenig Geld nachbauen. Du willst mehr solche Tipps sehen? Video liken, speichern, kommentieren und Kanal abonnieren.